und hallo und hallo macht spaß schon hier oben hast du den spawner kaputt gemacht okay ja ist hier kohle ich gerade mal ich versuche mal ob ich hier irgendwo kohle finde wir haben noch kein papier wir können doch keinen verfackten tisch machen ich weiß oh ich weiß wo wir sind oh mein gott das muss so das ist so reminiscent irgendwie oh kacke da ist der enderman ich hoffe ich habe ihn nicht angeguckt das war das wo vorhin so 1000 zombies waren pass auf wenn egal was du machst weil enderman ja mein gott ich habe wieder acht fackeln das muss für den anfang reichen bist du denn ich bin doch beim obsidian ja kann mir vorstellen ich wollte ein bisschen ausleuchten damit es wieder ein bisschen bisschen heller ist okay dann stehe ich mich hierhin beobachte die umgebung walitzki ist auch bei bei 5 5 anplagt 1 5 die ganzen favoriten ja also meine favoriten sag ich mal ja die anderen kenne ich ja alle nicht dafür lore und zander auf 10 orsendude auf 9 5 scheiße alter hier zander was machen die haben sich eingegraben die haben sich eingegraben und wir machen den zaubertisch mal noch nicht falls irgendwas passiert ich habe das obsidian jetzt ich habe vier stück lass laufen kollege da oben ist ein zombie wo ist er denn der ist bei acht leben wo bist du denn schon wieder hin ich bin wieder zurückgegangen in unseren alten gang also wir haben jetzt alles also wir haben diamantschwerter wir haben eisenrüstung magst du mir das diamantschwert geben gerne kommen wir zu einer sicheren stelle ich schmeiß auf dich drauf macht nichts noch einmal mit lava drin ja dann brauche ich es wegschmeißen und holen wir machen machst du machst mir einen eimer machen dann das wäre super ich habe nämlich keine eisen mehr ich habe das alles immer einfach in die furnace reingehauen hier thank you nimm mal bitte auch die vorsichtig ich hacke hier okay 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 nimm mal die die werkbank mit okay ich mach da das wasser jetzt mal rein und hol mir da jetzt die lava und sterbe hoffentlich nicht dabei gut lava einmal wir haben alles wir haben diamantschwert wir haben rüstung wir haben lava einmal wir haben feuerzeug wir haben bogen und noch äpfel jetzt das beste wäre noch dings jemand rüstung wäre noch heftig aber naja wir sind gut ausgerüstet haben wir die schon gesehen ist das nicht mit david natürlich ganz am anfang gesehen stimmen tatsache oh mein gott jetzt machen wir den noch ein bisschen angst dass wir so was wir schreiben und dann wir machen uns jetzt heraus okay ja wir haben jetzt ab hier und dann wir müssen beim papier machen aufpassen dass die uns nicht finden wir haben noch das gold wir haben noch neuen gold sollen wir golden apfel gleich machen ja ja bestell eine furnace irgendwo hin wenn du eine hast ich habe nämlich keine kohle mehr deswegen kann ich das gold nicht schmelzen ich habe auch keine kohle verdammt ich wusste dass wir irgendwann keine kohle mehr haben dann ich habe leppes gefunden ah verdammt hier unten ist kohle mitten in dem minenschacht das natürlich der sicherste moment sicher ist die platz überhaupt was haben wir eigentlich hier veranstaltet das sieht aus wie zeit chaos überall voll geil oder vor allen dingen weil wir ja mehrmals an derselben stelle durchgekommen sind das heißt verdammt das sind spinnen ich sehe gold schon wieder ja da ist wir haben neun ist der aktuelle ich habe aber ich brauche hier definitiv fackeln oder irgendwas ich habe eine aber ich habe keine kohle geholt deswegen wo bist du hier ich habe mich ja eingegraben hier ist immer schön oh mein gott da sind die spinnen da sind die spinnen da sind die spinnen da sind die spinnen direkt über dir direkt über dir da links okay warte warte ich kann mich von der seite zu dir rein kannst du lava irgendwo hinschmeißen hahaha kann ich machen ja aber aber verdammt hier unten ist noch mehr dunkler gang warte mal ich mache jetzt erstmal hinter mir zu damit die spinnen mich nicht erwischen oh mein gott ich habe so angst ich krab mich gerade auf dich zu das heißt ich müsste gleich irgendwann bei dir rauskommen pass auf ich habe hier gerade lava reingeschmissen okay ich bin zu weit ich muss wieder zurück in die richtung ja in die richtung muss ich nein nicht in die richtung und wehe ich gucke den enderman an dann kriege ich einen anfall oh mein gott ich glaube das skelett brennt das ist schon mal gut was haben die denn alle für für panik hier keine panik auf der titanik titanik ist hinter dir ist hinter dir so ein ganz großer raum von gravel und so ja ja ich werde da jetzt lava reinschmeißen genau ich bin auch in dem raum pass auf pass auf lava kommt ja das habe ich gesehen ich bin hier ganz links wenn du reinkommst direkt links ich möchte das gold da hinten haben deswegen bin ich hier reingegangen okay dann mache ich das hier mal ein bisschen halbwegs sicher ich befürchte allerdings dass hier überall spinnen sein werden ich sehe keine bis jetzt und ich mache mir jetzt erst mal neue neue fackeln siehst du mich ja ich sehe dich großartig dann schmeiße ich mal ein bisschen von dem scheiß weg den wir nicht brauchen redstone dreck weil weiß stein stein mushrooms braucht kein schwein ich sollte das auch so wegwerfen dass ich nicht wieder einsammeln ich laufe hinter dir her und mach überall fackeln ja das ist gut ich habe hier alles zugemacht hier müsste alles sicher sein wir kommen auf jeden fall an das gold ran ja und dann würde ich sagen einfach nichts wie nach oben oder definitiv weil wir sind lappen offensichtlich und hier ist wahnsinnig viel auch an platz was bei sandra sandra am platt gekriegt heftig was haben die denn gemacht wer ist bei einem anplagt im team war das nicht stöpsel ja das heißt gleich geht einer von denen den wach runter kannst du eine fern ist hinstellen ich hätte keine ich habe alles draußen stehen gelassen ich habe aber ich kann neu machen warte warte das kann ich auch machen ich habe nur ich schon wieder keine kohle egal dann mache ich schon mal die fern ist damit wir uns das brennt es brennt ist doch egal stimmt ja okay gut gut mitgedacht sobald wir kohle haben machen wir dann den nächsten goldenen apfel ist das ist das korrekt ja machen wir okay und jetzt würde ich sagen nichts wie raus hier hinter uns verschließen und dann nach oben siehst du ja egal deswegen warte warte wir gehen hier raus nichts wie raus hier und hinter uns zu machen so einfach ist das wir haben glaube ich diese welt so sehr zerstört wie es kein mob jemals geschafft hätte hast du jetzt ja was habe ich jetzt was jetzt eigentlich gold gemacht wie viel gold hast du noch neun aber nichts gemacht fünf uns fehlt eins dann können wir zwei goldene äpfel machenhose sollen wir noch gold suchen alter wie viel ist denn das was ist denn da oben da ist kohle da ist überall fricking gravel ja warte mal und ich gehe mal ich versuche mich mal hier woanders hoch zu brudeln nein ich glaube hier ist doch die beste idee so eine kacke überall dieser blöde gravel wie ich gravel hasse du hast alles aber vor allen dingen gravel buttons finde ich super ich mache mal ein paar fackeln großartige idee aber auch schon ein paar gemacht noch ich mache mal hinter uns zu genau ja bitte ich bitte darum großartige idee ich habe nur großartige idee dem wo wir seit wir angefangen haben zu spielen habe ich erst zweimal oder sowas gegessen weil wir ich habe auch noch nicht so viel gegessen ja eben weil wir nicht rennen oder sonst was wird dass der erste verhungert ist war das schon die ersten beiden sind verhungert ja das stimmt und es sind erst vier leute weg oder männliche leistung den herrn mit einem lebenspunkt zu killen gewaltter 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 nicht lesen ja ist ja gut sehr gut sehr gut ich habe gerade die 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 das tab ding beobachtet einfach nur um zu gucken weil ich dachte dass stöpsel und zander sich vielleicht auch treffen ich weiß ja nicht was die was die untereinander ausgemacht haben oder ob die dann vielleicht wo ganz anders waren wir verirren uns ja auch des öfteren mal jetzt müssen wir ein bisschen auch überlegen weil david und lgm die waren bei uns in der nähe am anfang auf jeden fall und wenn jetzt da war mit den mit lore ja über uns hier ist wasser deswegen würde ich mich mal kurz hier eingraben beziehungsweise hier so eine art grube auffanggrube machen um zu gucken ob da wasser ist ansonsten können wir dann nämlich wieder hochgehen dann okay gut das kann wasser warum ich die fern ist und keine blöcke auf der bar habe ist mir auch unklar gut 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 fackel an der wand und dann weiter ich werde es schon sehen wir werden das papier sehen den scheiß bambus dings da werden die uns attackieren bevor wir uns im verzauberungstisch machen können die werden unsere ganzen sachen hundertprozentig aber wie wir alles wegschmeißen sollten was wir nicht brauchen aber momentan brauchen wir alles wenn wir andere umbringen dann ist das was anderes da können wir alles wegschmeißen was die hatten was wir nicht gebrauchen können also wenn die keine ahnung ein zweites diamantschwert oder sowas was sollen wir damit nein du hast bogen ich habe bogen bei welchem level sind wir denn ich habe langsam angst dass wir langsam an die oberfläche kommen wir sind in einem forest auf level 51 wir sind an der oberfläche okay okay warte bevor wir an die oberfläche gehen mach alles aus und gucke ob jemand da ist genau warte tschüss bis gleich ich shifte mal in der zwischenzeit ja okay ich kann auch deinen namen nicht dann nicht mehr sehen jetzt ich shifte mit tab echt es geht aber ich hab's gemacht siehst du jemanden oder nicht ich stehe ich sehe keinen ich ja ich habe ein bisschen geguckt aber ich sehe keinen nein okay dann können wir wieder hoch und hier wieder hoch was muss auf dass die nicht auf uns lauern da oben vielleicht shiften die shifte du auch mal ja oh ist es draußen nacht sollen wir noch warten was sollen wir denn warten was weiß ich dass draußen keine creeper sind vielleicht wir müssen papier finden wir sind in einem forest wir können natürlich jetzt so lange uns wegraben bis wir nicht in einem forest sind aber das wäre das einzige was mir eingefallen ist weil sonst weißt du ich könnte mal hinter uns zumachen und weiter schrott wegwerfen das war nämlich eine super idee von dir oh mein gott wer weiß ob ich es mal brauche oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich laufe hinter dir her und mache fackeln ja wir haben voll dieses super video material jetzt hier ja absolut großartig die folge in der ich also die die folge weil ich die ganze zeit nur hinter dir her laufe werde ich dat ass nennen shit hier ist eine höhle das ist keine höhle das sind die dinge die eigentlich immer offen sind und es geht auch hier raus ja ich sehe gras also hier muss es raus gehen ja vielleicht ganz cool hier kohle großartig dass die mauer ich kann die die obsidian die bedrock mauer sehen okay okay ich habe kohle gesehen kohle gefunden die sollte vielleicht abbauen okay cool wenn du die abbaust dann nehme ich die auf der anderen seite also wir sind die leute sind hier unterwegs und suchen uns so ein bisschen vorsichtig ich bin am schriften ich mach dir der caps lock an jetzt lass uns das letzte gold jetzt ich mach ja mal zu und dann gold in den ofen und dann essen okay 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 den nächsten apfel nimmst du weil du hast jetzt weniger als ich hab ich wir haben gleich viel oder weiß nicht ist mir egal auf jeden fall ist du den der stabilere von uns beiden ich kriege einen halben herzen fahrt sehen hast ich habe eine fernis warte ach so ich wollte gerade eine machen dann packen wir mal gold rein und zwei kohle hau dein gold auch rein was ich habe eisen anstatt kohle reingemacht oh mein gott wir schlagen uns gar nicht so schlecht und ich muss jetzt mal wieder einen ein glorious schluck auf wasser trinken shitzander hat diamanten der ist ja nicht der einzige das kann man nicht schreiben da ist ja nicht der einzige sonst das ist zu wir haben keine diamanten wir sind arm richtig richtig wir stehen hier und shiften alter wie jeder über sieben ist mindestens noch von den verbliebenen wen haben wir denn da noch wir können mal durchgehen wir haben über spice auch noch gar nicht gesprochen mit wem ist denn der im team walitzki oder die sind beide noch auf 7 und 7,5 ja spice ist ja nun auch wirklich keiner von der schlechten sorte ja das stimmt walitzki kann ich nicht einschätzen ansonsten stöpsel und unplugged stöpsel ist alleine zander ist zander alleine ja eben ist zander alleine schon nee der ist mit piti lore 91 was geht der einfach raus jetzt wenn der pinkelt geht der doch nicht raus bitteschön einer weniger also außerdem tut es so ein cheater ich mach den goldenen abfeuerhose ja großartig komm her iss mein junger damit du groß und stark wirst groß bin ich schon ehrlich stark kommt noch wir haben ein zombie über uns scheiß auf den zombie ähm okay jetzt bin ich auch wieder bei 10 großartig ähm 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 das war es nicht gegen die regeln wir machen jetzt hier volles drama ja echt mal was macht ihr das auch einfach das katastrophe machen wir eigentlich irgendwas anderes gerade aus erwarten dass es tag wird wir warten dass das gold hier rauskommt okay cool wir können uns ja wieder runtergraben und das letzte stück gold so nein ich bin dafür dass wir jemanden umbringen und dem das letzte stück gold klauen oh ja wir brauchen noch zwei stück gold im übrigen schlecht naja gut aber die chance ist größer dass jemand zwei stück gold dabei hat als dass wir welches finden okay wo wollen wir lang ähm hinter uns ist die die wand hast du noch fackeln äh 34 okay komm her dann gebe ich dir nochmal ein paar okay dankeschön sind wir auf jeden Fall ausgerüstet ich möchte nicht rausgehen weil da oben ein zombie ist wir müssen nur ein Feld freimachen um zu gucken ob es tag oder nacht ist da fällt der zombie mir auf den kopf dann mach eins an der seite frei shit jetzt ist natürlich hier so ein kleiner berg drin oder soll ich mal gucken also so unregelmäßig wie ich hier stehe hast du gerade einen block platziert ja ja auch gott sei dank mach hier ne fresse hast du schritte ja das ist der zombie der da draußen ist okay oh hier ist ein baum wir sind unter einem baum das ist gut ist aber immer noch nacht das kann ich durch den baum sehen ja es ist nacht siehst du irgendwo reads nee ich seh gar nix schlecht da hinten ist koppel äh da hinten sind auch fackeln weil da hell ist das waren wahrscheinlich wir oder der zombie ist hinter uns im übrigen hinter dir was 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 äh spicer ist hinter dir ich weiß nicht wo seid ihr denn alle ach okay das ist gerade nicht zu uns hast du dein dein schwert draußen ja ja klar spice ist bei walitzki ne ja okay gut wir sind hier in einer ganz abgekackten position also ja abgekackt ist ja relativ wenn wir die leute zuerst sehen dann sind wir nicht so abgekackt ja da hinten steht tatsächlich eine fackel auf dem boden oder ist das eine blume ich weiß nicht das sieht aus ob der baum leuchtet ja da ist er wieder der cheater da hinten ist cobblestone da hat sich jemand da hat sich glaube ich jemand auf dem baum rauf gemacht oder sowas ich glaube wenn wir Richtung mauer gehen ist da wieder der sumpf ja dann lass uns da hingehen den zombie kriegen wir den zombie kriegen wir tot oder locker äh sollen wir äh auf der oberfläche da hingehen oder hier warte dann gehe ich dir mal ein bisschen aus dem weg gerade enderman ja trocken äh unter uns des direkten äh neben uns des direkten dingens enderman ja ich sehe ihn ich kann von lauter texten nicht sehen wo ich hingehe ja echt mal da ist der zombie den mach ich jetzt mal platt ok 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 ich sehe dich ja ja ich hab's unter Kontrolle da hinten ist noch eine Kuh brauchen wir noch Leder? nein ne ne ok da ist auch eine Spinne und Spinnen treffen immer zuerst wie man weiß hinter war mir oh mein Gott hinter mir war ein Creeper und der ist einfach stehen geblieben hast du dein Feuerzeug parat falls wir es brauchen für was ja 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 wenn jemand kommt dann zündest du den an natürlich und nicht dich selber anzünden bitte ich versuch's da hinten ist Sumpf alter steht da ein Haus ne ok ich dachte gerade da ist ein Creeper der hat mich gesehen verdammt ähm ja von dem können wir weglaufen das ist kein Ding oh mein Gott wir sind genau da wo wir angefangen haben Hose was hab ich gesagt der Creeper wo ist der da hinten der kommt da ja und den kriegst du platt noch ein Schlag uuuh vorsichtig das war knapp nicht neben mir entschuldige mich wollte dir helfen ja dann gehen wir hier die Küste entlang da ist aber pass auf ne hier ist nämlich auch das Gebiet wo David und so waren ja genau ich mach mal die Hände weg ist David noch drin oder nicht David ist raus anklangt ja stimmt Entschuldigung ich komm komplett durcheinander ich bin einfach zu aufgekratzt die Kuh hat mich gerade zu Tode erschrocken oh mein Gott oh Gott ja und äh hau raus äh bis zur nächsten Episode da ist ein Zombie ne oh schuldig perfekt perfekt